hallo und herzlich willkommen zurück oder wir könnten erkennt ihr hand simulator ja den müssen wir aufspielen das habe ich meinem bruder auch schon gesagt hand simulator ist cool habe ich schon sechs leuten oder so geschenkt das kostet ja zwei euro bloß 1 euro 30 das ist das da hast du eine hand die war voll kompliziert zum steuern ist und dann spielst du spiele oder musst eine waffe laden zum beispiel auch so wie dieses komische dingsbums spiel da wo du ja kann man dann gerne mal machen willkommen zurück zu einer neuen folge ttt für garrys mod von den machen von dc eine mod für armer 3 mit assets von roblox alle anto alle antogeblich noch mal bedanken für den schalten hinweis der drop mit einer zehn prozent box ja ja wie viel messer kein einziges das sieben boxen öffnet und sieben messer daraus gezogen nein ich habe sieben messer gezogen aus 50 euro ja 50 euro 8 euro pro box ein bisschen was verkauft ich bin ja schon wieder hinterher ich habe 50 euro reingesteckt ich habe kein einziges messer rausgekriegt das war zurückgelaufen es ist halt immer noch nur eine zehnprozentige chance ja polonaise wer macht denn beim leon leon stoppst du nein ich will waffe wechseln damit ich schauen kann ob ich irgendwo eine bessere ja 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 leon hat geschaut das beste was ich aus den 50 euro gezogen habe war ein 31 cent red apple irgendwas ich habe eine glock was war da war nicht da war eine taube bist du reilek ich leck gerade reilek es ist ja ich bin gerade so nach hinten gesteppt aber ich weiß nicht wo er ist also hermann viele leute leben noch zwei sind gerade gestorben leute die das leben da bist du traiter ja ich war ja ich leckt immer noch deine schwester so wie der hentai ist ja ja die rechte die mit dreizehn zum tag hin dreizehn wie kannst du auf dreizehn die glück dreizehn ist eine schlimme zahl genau so wie der hälfte september ja das ist auch eine glückszahl warum ist eigentlich die musik hier aus ich höre musik gute musik muss ich wollen ich hätte weg machen sollen dass du rumstammt wenn ihr mal rumklickt seht ihr dass da eine zweite web direkt daneben ist die sehr ähnlich ist ja ja das ist dieselbe pass mal auf was passiert ab und zu mal ist das letztes mal nicht aufgefallen doch stimmt stimmt wir sind jetzt gerade in der schattenwelt jetzt sind wir nicht mehr in der schattenwelt jetzt ist die musik aus ocarina of time da früher war die richtige musik da früher war die richtige musik da ne kann sein dass die andere musik nur die traiter gehört haben nein war innocent aber die taube war doch schön oder das baby hat mich richtig am baby launcher nachgebot gut gut ja was hast du gerade gesagt haben wir einen baby launcher und dann hast du gesagt ja hast du gerade nachgeguckt und dann hast du gesagt ja das jahr kam nicht von mir doch das kam von dir nein das jahr kam sicher nicht von mir hast du gerade nachgeguckt nein Ah ja 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 oh 10% gebe ich auf Hörmann wir haben einen baby launcher und danach kann nichts mehr von mir mm hm wer geht da Leon ist da Leon Törer ach deine ist noch da oben Xaver ja Leon Törer kam halt wirklich nichts von mir hast du schon wieder halluzinospir Wir verteilen alle drei ecken verteilen bevor wir mit den Kaufen Das kann sein ja okay warte Ich kaufe den jetzt ha 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 für die Kälte er hat immer noch ein bisschen ein er hat mich auch wieder schießen der Liga hat er hat gerade auch in Füße der Lerke na gut Leer hat nichts gemacht das ist irgendwie komisch war auch bald ich war es nicht ich bin wir wissen dass wir beide zumindest halbwegs Wir haben jetzt zwei Traitor, also eigentlich könnte es das immer noch sein, aber ich trau dir jetzt einfach mal. Es hätte sein können, dass wir nämlich auch drauf gehen bei dem Scheiß. Ich trau dir jetzt einfach mal. Wo ist der? Nicht da. Da ist Hörmann, Hörmann lebt noch. Wo ist er denn? Der geht da unten. Da, irgendwo. Du hast jetzt ernsthaft verloren? Ja, fuck, ihr Geld. Ich hätte... Hörmann! Ja? Du hast nachgeguckt, ob wir den Babyloucher haben. Gib's zu! Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ah, ja, 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 ja. Habe ich tatsächlich nicht. In dem Moment hatte ich schon eine Taube und ein Radar gekauft. Aber zu dem Zeitpunkt warst du, ich habe dieses Ja gehört, ja? Nein, ich habe nicht Ja gesagt. Ich habe nicht nach dem Babyloucher geguckt. Ich habe ihn halt gecallt und er hat da unten geteilt. Ich hätte den Fuga gar nicht abknallen müssen, weil er reagiert immer so, wenn ich ihn... Oh Mann. Mein Butler ist manchmal nicht ganz da, wenn wir irgendwas sagen. Ja, und ich sage auch vor allem noch, er hat eine Pitchen, ihr bleibt da oben stehen und guckt auf euch anstatt um in die Gegend rum zu gucken. Ja, ich habe eine Diebe. Wer steht da oben auf dem Platz zwei Minuten lang, zählt mit der Pitchen? Ja, ich stand tatsächlich eine ganze Weile und hat auf euch gezielt mit der Pitchen so. Ja, aber ich sehe das nicht, weil ich... Jetzt guckt doch einmal rum, guckt doch einmal rum, den seht ihr, den seht ihr. Ja, ich war ja hinten drin in der Ecke und habe auf die beiden vorgelegt. Ja, ich habe auch auf Fuga und den jetzt geheimt an. Außerdem hätte ich Fuga abknallen müssen, weil wenn ich den anschieße und er nicht reagiert... Ich habe dir doch in den Fuß geschaut. Ja, aber normalerweise rastest du mir... Ja, deswegen ja. Ja, Maxi, ich schieße mir vielleicht nicht hin. Ich schieße mir vielleicht nicht hin. Ich schieße mir nicht hin. Ich schieße mir nicht hin. Normalerweise, wenn wir hin sind, wäre es jetzt nicht so stark abgeknallt. Ja, gut, jetzt vertraue ich. Aber das ist ja erstmal nichts gemacht. Fuck. Vertraust du mir? Vertraust du mir? Okay. Wir laufen jetzt zusammen rum, okay? Maxi, ich schieße doch nicht. Ja, Maxi, ich schieße doch nicht. Alter. Alleanto nimmt einen da aus. Ja, Arsch. Ja. Alter, das sind ja alle. Ich habe noch keinen von euch gesehen. Ja, ja, Alter, der Sprecher wieder. Ja, wo seid ihr? Er hat einen Siegel. Weiche von mir. Alter. Du Schlange. Du Schlange. Ich bin keine Schlange. Äh, ich bin die Crowbar. Hey, ich habe jetzt Leon umgebracht, weil der auf mich geschossen hat. Ich glaube, die gehen nicht kaputt. Nur die, nur die Vasen gehen kaputt. Ähm, okay, ich bin zwar nicht tot. Ich kann dir jetzt nur vertrauen, du hast mich zum Thema weggebracht. Du hast mich killed, aber danke. Wenn ich tot bin, ist es her. Was? Okay, äh, also Leon hat sich wiederbelebt, oder wie? Nein, nein. Auch mit Deadwing. Ich hab's am Anfang gekauft. Leon war's, oder? Der hat sich wiederbelebt, er hatte Second Change. Sicher? Ja? 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 Ja, der Bruder hat den Bullshit, wie immer. So geil war's, oder? Nein, ich war's nicht. Wirklich nicht. Natürlich. Wie ist der dann gestorben? Irgendwer hat Markus umgebracht. Neben mir ist der gestandener Markus. Ähm. Das ist Herman. Nein. Fuck off. Wo bist du, Xaver? Wer lebt jetzt noch? Leon hat sich geheilt, Leon ist es. Geißer. Wie alles still ist. Konzentrierst und Fuhr. Du Volllappen, Alter. Ohne Witz. Wie kann man denn 10 Mal daneben schießen? Ich hab den schon einmal gegeben. Ich hab den voll low gemacht. Dasselbe Aiming. Und ich hab Leon heute mit Dominik halt. Max, ich hätt doch Leon erschießen sollen. Ja. Ich hab das überhaupt nicht verstanden. Ja, aber du tust immer so komisch. Das kann man nicht glauben. Am Anfang hat er echt Bullshit erzählt. Weil ich war nicht tot. Ich war Ding. Ich hatte nicht. Er ist dann noch Second Chance eingesetzt. Weil ich hab dann irgendjemand sein. Achso, er hat einfach nur Scheiße erzählt am Anfang. Ja, natürlich. Aber er hat, deswegen war... Er hat zu sagen, dass ich Traitor war. Aber er hat Scheiße erzählt. Aber ich hab dich gesehen, wo du Traitor-Waffe genommen hast. Ich vertraue euch kein einziges Mal mehr drauf, wenn er was sagt. Ganz einfach. Das ist... Weißt du... Labert zu, das ist Scheiße, wenn jemand fest hat, dich stört, auf die man zurennt. Ja, aber die ganze Zeit nur Scheiße labern. Terman, dreh dich um. Was ist damit? Na? Na? Na gut. Alter, ich werd da sagen, auf fester Schießen ist immer noch Assiger. Wegen letzter Runde. Nein. Doch. Mein Fuß kriegt ein Loch wegen letzter Runde. Die New Life-Regel. Ich schieße den kleinen C weg. Bleib stehen. New Life-Regel. Sowas kenn ich nicht. Versteck mich jetzt einfach. Ich hab die Regeln. Warte. Das ist eine Mod für 1x3, hatten wir doch gesagt. Dann gibt's ne New Life-Regel, ja? Ja, aber die ist von den Machern von Minecraft. Aber das hier ist Zelda. Ja, da haben wir ein Problem. Lol, 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 ahhh, ahhh. Ja, sorry, dass ich mich mit dem Bullshit-Waffen rumlaufen will. Ah, auf dich wurde ge- nein, würde nicht. Meine Sniper. Meine Sniper. Die hab ich da grad hinten. Leon! Leon! Lo! I believe! Leon! Die man schießt auf mich. Leon! Die man schießt auf mich. Ihr habt mir meine Waffen geklaut, ja? Das ist mein rechter Geist. Da ist die Fall verreckt. Du hast sie weggeworfen. Oh, Schiegerung. Ja, so heißen. Ich sag, ich mag deinen Namen einfach. Okay, ich glaub, du bist denn noch. Ist das ne AR-15? Ja, du bist denn noch. Ja, du bist denn. Da ist der Triggy Happy. Mr. Trigger Happy, Herman. Wer ist denn Mr. Trigger Happy? Der Herman. Achso. Der Ashigaru. 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 Der Dahle ist auch Dangerous. Ich glaub... Meine Mutter ist Dangerous und zwei Wettkörner. Die Mutter ist Dangerous und zwei Wettkörner. Die licken Leiche. Wo? Wo? Mit was ist er gekilltet worden? Magnum. Mit der Magnum oder mit Magnum? Nein, nein... Mit was ist er gekillt worden? Es ist ein Totenkopf da. Rennen wir nicht hinterher. Ich glaub, ein Bumerang oder so. Ich glaub nämlich, dass er... Ich war's nicht, wirklich nicht. Auch wenn ich immer den Bölleran hernehme, es ist jetzt klar, dass ihr mich beschuldigt. Ich glaube irgendwie, dass es Xaver ist. Ich weiß nicht warum. Okay, hier. Wo ist denn Leon? Der schießt auf mich. Ich bin hier hinten in meiner Ecke. Maxi, es ist... Okay. Warum schießt der Xaver auf mich? Der hat mich auf 17 runterballert. Was kaufe ich mir denn jetzt eigentlich von dem Geld von Leon? War nix. Nix mehr. Was kaufe ich mir denn jetzt eigentlich? Xaver! Ja. Ach du, Leben... Ja, es war doch Dead Ringer, gell? Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! War Illusend, scheiße. Ja, okay. Das ist... OOOH! Das ist ein Fixer! Wer lebt denn jetzt noch? Auf Triefer, Web! Wäre mein Aim halt nicht so fucking miserabel. Ja, wer... Oh Gott, David. In solchen Situationen brauche ich's echt nicht. Ich seh nur noch ein offene Bett spiele. Ich seh nur noch ein offene Bett spiele. Fucking Bullshit. Okay, ich hab keine Ahnung wo. Ich hab keinen Knter. Ich weiß nicht! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Minus ein Tritter. Ich kann nicht raus. Ich habe ja baldweg schon getötet, aber er hat ihn wiederbelebt. Ohne Witz, weißt du Markus, ich werf doch da keine Granaten hin, wenn ich nicht weiß, dass die dann keine umbringen würde. Was, du hast mich voll getroffen? Wenn ich tick, dann bringt die einen um. Ja, das ist halt dann mal ein tragischer Unfall. Tragischer Unfall. Also, dass das Baby so hart verfehlt hat, ja? Ja, dass du mich zwei Bilder getötet hast. Habe ich jetzt Punkte gekriegt für deinen Kill? Ja, natürlich. Ah, wisst du überhaupt, wer erster ist zurzeit? Ja, du. Ich nicht. Aber es gibt ja die ersten Punkten. Ja, aber verdient bist du letzter, oder? Ja, ich habe dafür noch zwei Traitor geholt. Mann, du! Ja, ich knall dich gleich ab, Vogel. Allianto, Allianto! Ja. Hört ihn sofort. Hört ihn. Warum? Hört ihn. Okay. Wen denn? Nicht mich. Im Maximum. Warum? Ich habe bloß 30 Schuss, das ist unfair. Mit 30 kill ich mich. Ich habe 20 Schuss. Ja, ich meine, wenn er als Fugai, kann er halt dann nicht Erster werden, wenn er ihn jetzt abknallt. Das würde ihn jetzt schon ganz schön ärgern, glaube ich. Ja, genau deswegen. Warum wollt ihr nicht töten? Weil da kommt schon wieder der Herrmann so gefährlich nach. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo ist er, oder? Geht weg! Geht weg! Geht weg! Da ist der Mr. Wallwerk ist bei mir, also wenn ich tot bin, ist es Simon. Hier ist er, hier ist er, hier ist er, hier in dem Baum. Na und? Wer ist da oben? Okay, hier ist der Mark rum. Ich geh runter, ich geh runter. Ich geh schon runter, oh scheiße. Du hast ja beide gebrochen. Ah, ich habe beide auch gebrochen. Ich glaube, ich knall dich ab, weil du bist ein One-Hit. Du auch. Ach, ich lass euch mal. Xaver ist tot. Warum ist Xaver tot? Ja, weil er auf mich geschossen hat. Okay, Marco, für das ist das. Ich glaube, ich schieße auf dich, du bist ein One-Hit. Leon schießt! Ja, auf fucking Foxen. Du bist ein Wichs. Du bist so ein Wichs. Ich hoffe, es ist auch schon egal. Ach, wow! Der nächste fängt an zu schießen. Eine M16 für Jesus. Also ich glaube, Marco mit dich weg bin. Ich habe einen Trainer gefunden. Also der Marco ist ganz schön trigger-happy, muss man echt immer sagen. Alter, die Bresse! Ich habe immer so nichts geschossen. Wer ist sonst noch alles tot? Da hinten nicht. Es lebt jeder bis auf Xaver, oder? Und... Vielleicht nicht ganz. Vielleicht nicht ganz. Warst du, Alter? Habt ihr schon wieder gemacht? Die habe ich zu versuchen zu töten! Meine Innocent! Ich glaube, ihr seid jetzt beide tot. Aber ihr seid beide tot. Bevor ich geschossen hab, geschossen. Also ich trau dir nicht ganz. Ja, ihr seid beide Traitor. Nein! Ich bin kein Traitor. Nein, das... Aber du bist es, ha? Du fucker, hast mich schon wieder mit einem Dummer ran geworfen. Wer war das? Wer ist der letzte? Wer lebt noch? Wer hat jetzt wen getötet? Ich habe einen Maxi getötet. Okay, dann... Auf Leon. Leon kämpft wieder wahrscheinlich. Wart noch kurz. Er kann sich vielleicht noch wiederbeleben. Warum? Ich habe nichts gemacht. Ja... Da links unten am Haus ist er da. Wenn du links runter gehst, hast du ein Haus. Aha. Also. Da war er gerade. Da ist er. Nein, da nicht. Hier irgendwo war er. Na. Ich habe nichts gemacht. Warum... Markus kann es genauso sein. Warum soll es ich sein? Ja, la... Ich lasse euch jetzt erstmal gegeneinander kämpfen. Und dann... Frage, wo ist er hin? Ich habe ein bisschen Angst. Ich bin nicht gesehen. Ist auf jeden Fall ziemlich low. Genauso low wie... Okay, jetzt bin ich wieder low. Ich bin wieder lower. Lower. So low umtasten, wenn ich sehen, oder bist du einfach nur low? Ich bin low. An Punkten und am Leben. Ah, ich weiß wo er ist. Dann sag doch. Jetzt kannst du es nicht mehr sagen, wenn du tot bist. Nein. Nein. Komm, geh weiter. Aber geh weiter. Die Leiche bleibt da liegen. Wo ist er? Die Leiche von Coex bleibt da liegen. Achso, da weiß ich wo er ist. Was? Ja. Neon. Nicht runter gehen. Fast tot. Schöner Schuss. Schöner Schuss. Ihr Wixer. Schöner Schuss. Schöner Schuss. Schöner Schuss. 11 Punkte. Oh, Mann. Was für einen Lappen. Ich habe daneben geschossen, Alter. Du hast gesagt, border so low, der ist in One-Shot. Und ich habe geschossen. Und weißt du, wann ich geschossen habe? Du hast gesagt, jetzt ist es auch egal, jetzt kann ich auch schießen. Und da habe ich angefangen zu schießen. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.